Musik Hey Leute, hier ist der Stefan und ich begrüße euch heute zu meinem Video Tutorial Beauty und Hautretusche. Zuallererst muss ich mich mal entschuldigen, denn ich werde das Video an einem Stück aufnehmen und dementsprechend kann es passieren, dass mir einige Versprecher unterlaufen und ich bitte euch, mir das zu verzeihen. Was müssen wir beachten bei einer Beauty und Hautretusche? Zuallererst müssen wir uns natürlich mal überlegen, wofür soll das Bild sein? Ich bearbeite die Haut bei einem Charakterporträt natürlich komplett anders als bei einem Bild, was in einem Fashionmagazin abgebildet werden könnte. Wo wir eine sehr makellose Haut brauchen. Aber genau das soll heute mal unser Thema sein, eine makellose Haut. Und da ist mein Weg die Frequenztrennung. Das heißt, wir splitten die Haut in zwei Ebenen auf. Auf einmal in die Farben und Formen der Haut, also zum Beispiel die Blutadern, die unter der Haut entlang fließen und die überhaupt die Farbe der Haut definieren. Und auf der anderen Seite die Poren und die feinen Details auf der anderen Ebene, die der Haut dann die entsprechende Schärfe verleihen. Ich werde also die Original-Ebene, die ich hier angelegt habe, mal zweimal duplizieren und dann entsprechend umbenennen in Farbe und Details. Und die Details-Ebene werden wir am Anfang gar nicht benötigen. Deswegen blende ich sie einfach mal aus und wähle die Farbebene an. Und diese Farbebene müssen wir jetzt als erstes mal weichzeichnen. Und da wird natürlich jetzt der ein oder andere sagen, okay, wir gehen hin, nehmen den gauschen Weichzeichner. Das Problem bei dem gauschen Weichzeichner ist, dass er nicht nur die Haut selber weichzeichnet, sondern auch die Kanten des Models. Und das wollen wir ja eigentlich vermeiden. Aber auch da gibt es eine Lösung von Photoshop. Wenn ihr jetzt mal auf den Rauschfilter und dann Helligkeit Interpolieren Filter klickt, dann seht ihr schon, in der Vorschau, ich übertreibe jetzt hier mal sehr stark, aber dann seht ihr schon, dass die Haut sehr weich gezeichnet wird, aber die Formen bzw. die Kanten des Models erhalten bleiben. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und deswegen, ich gehe jetzt hier mit dem Radius nochmal auf ein Pixel zurück. Und ich werde mich so langsam vortasten, bis wir ein Ergebnis haben, wo die Poren der Haut nicht mehr sichtbar sind. Das ist jetzt unser einziges Ziel, die Poren von der Haut zu bekommen. Und deswegen werde ich jetzt hier mal auf, ja, sagen wir mal 5 Pixel gehen. In der Vorschau hier könnt ihr kontrollieren, wie das Ganze aussieht. 5 Pixel sind mir noch ein wenig zu wenig, deswegen gehe ich jetzt hier mal auf 10 Pixel. Und das ist ein Ergebnis, was schon sehr gut aussieht. Fast ein bisschen viel. Und deswegen gehe ich jetzt hier mal auf 8 Pixel zurück. Und mit dem Ergebnis lässt es sich sehr gut arbeiten. Deswegen bestätige ich das Ganze jetzt hier mal mit OK. Und habe damit jetzt schon eine reich gezeichnete Haut ohne Poren. Jetzt können wir die Detailsebene mal wieder aktivieren. Und was jetzt kommt, ist ein Tool in Photoshop, was von sehr vielen unterschätzt wird, beziehungsweise die meisten kennen es gar nicht. Wenn ich hier mal unter Bild und dann Bildberechnung klicke, können wir eine Ebene mit einer anderen Ebene verrechnen. Und ich möchte hier die Detailsebene mit der Ebene Farbe verrechnen, das Ganze umkehren und dann im Mischmodus Addieren arbeiten. Und diese drei Sachen hier, die könnt ihr einfach euch abschreiben, beziehungsweise sind schon standardmäßig so von Photoshop vorgegeben. Deckkraft 100, Skalieren 2 und Versatz 0. Diese Werte müsst ihr euch einfach merken. Und diese Werte müssen auch genauso bestehen bleiben, damit dieser Workflow funktioniert. Ich bestätige das Ganze jetzt einfach mal mit OK. Und was ihr jetzt seht, ist eine graue Ebene mit etwas helleren und etwas dunkleren Bereichen. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ist grau eine neutrale Farbe. Und in verschiedenen Mischmodi wird diese neutrale Farbe komplett ausgeblendet, während helleren und dunkleren Bereiche noch zu sehen sind. Und diese helleren und dunkleren Bereiche spiegeln jetzt unsere Details genau wieder. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich wollten, dass wir nur noch die Details auf dieser Ebene haben. Wir können das jetzt auch mal machen, indem wir einfach den Mischmodus von Details auf lineares Licht stellen. Und wie ihr jetzt seht, sind wir wieder beim Ausgangsbild angekommen. Ich kann das jetzt einfach mal kontrollieren, indem ich mit gedrückter Alt-Taste auf das Augensymbol der Original-Ebene klicke und damit alle darüber liegenden Ebenen ausblende. Und wie ihr seht, wir sind genau bei demselben Ergebnis, nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir unsere Haut auf zwei Ebenen gesplittet haben, was uns in der weiteren Bearbeitung sehr viel weiterhilft. Ich werde jetzt die beiden anderen Ebenen hier mal ausblenden, damit wir nur noch die Detail-Ebene haben. Und zur besseren Kontrolle werde ich jetzt einfach mal noch eine temporäre Tonwertkorrektur anlegen, die beim äußeren Regler hier sehr weit in die Mitte schieben, um den Kontrast sehr stark anzuheben. Und jetzt könnt ihr eigentlich auch schon relativ gut sehen, was auf dieser Ebene noch gemacht werden muss. Also wir haben hier so ein paar kleine Hautmarke, die können wir ganz gut entfernen mit dem Kopierstempel-Werkzeug. Wichtig ist hier, dass wir die Härte bei 100% haben, damit die Details nicht zermatscht werden, sondern dass wir wirklich ein klares Ergebnis bekommen. Und ihr müsst natürlich jetzt noch die Detail-Ebene wieder anwählen. Und jetzt können wir mit gedrückter Alt-Taste in der näheren Umgebung des Makels uns eine Quelle aussuchen und dann einfach mit einem linken Mausklick diesen Makel entfernen. Und ich fange jetzt hier einfach mal an, so ein bisschen zu retuschieren. Das kann gut und gern auch mal 20 bis 30 Minuten pro Bild dauern. Deswegen werde ich euch jetzt nicht mit dem kompletten Workflow hier langwellen, sondern das Ganze hier gleich mal kurz unterbrechen. Ach, übrigens auch hier so kleine Sachen wie so ein bisschen von dem Make-up hier, was verschmiert ist, das kann man hier auch ganz gut korrigieren mit. Also nicht nur jetzt kleine Pickelchen oder so, sondern auch andere Sachen, die euch hier stören. Hier auch auf der Nase so ein bisschen kann man das Ganze so ein bisschen absoften dadurch. Das sind alles Möglichkeiten, die wir hier auf dieser Ebene haben. Was vielleicht auch noch gut zu wissen ist, ist, dass wir diese Ebene auch später noch wieder bearbeiten können. Das heißt, wenn euch jetzt nicht alles hundertprozentig gefällt, kann man später immer noch wieder hingehen und diese Ebene weiter retuschieren, da wir nicht destruktiv arbeiten. Was heißt, dass wir keine Ebenen löschen müssen, um auf alte Ebenen zurückgreifen zu können und diese zu bearbeiten. Ist das ein ganz guter Weg, um auch später, wenn wir schon ein fast fertiges Ergebnis haben, nochmal sagen zu können, ja, das sieht gut aus, aber hier an einigen Stellen kann man nochmal etwas nachbessern. Und das ist mit dieser Arbeitsmethode hier komplett möglich. Ich werde jetzt hier auch hier mal so ein paar kleine Falten, die kann man auch sehr gut rausretuschieren mit dieser Methode. Und dann bin ich auch schon fast fertig, zumindest im Gesicht. Wir können uns dann gleich noch die Schulter etwas angucken, aber da wird nicht mehr so viel zu machen sein, denn wir konzentrieren uns jetzt auch erstmal vorrangig hier auf das Gesicht. Und die Schulter können wir etwas außer Acht lassen. Es geht ja auch nur darum, euch diesen Workflow mal zu zeigen und jetzt hier kein perfektes Bild abzuliefern. Und dementsprechend mache ich jetzt hier einfach mal gleich einen kurzen Cut, werde es kurz fertig bearbeiten und die weiteren Schritte euch danach erklären. So, jetzt sind wir bei einem Ergebnis angekommen, was doch schon relativ zufriedenstellend ist. Also wir können jetzt hier nochmal kurz reinzoomen und ihr seht, dass wir relativ viele Hautmakel schon entfernt haben. Und wie gesagt, wenn euch irgendwas später noch auffallen sollte, könnt ihr jederzeit auf diese Ebene zurückgehen und weiterretuschieren. Aber für diese Situation soll es jetzt erstmal hier genug sein. Hier habe ich noch einen kleinen Punkt auf der Nase gefunden, den ich noch wegmachen will. Aber jetzt soll das erstmal genug sein und wir können uns jetzt um die Farbebene nochmal kümmern. Und dementsprechend blende ich die beiden Sachen hier mal aus und blende die Farbebene wieder ein. Und hier arbeiten wir ja jetzt mit Farbverläufen, deswegen ist der Kopierstampel hier nicht mehr geeignet. Und wir gehen mal auf den Reparaturpinsel, der diese Farbverläufe mit einbezieht und deswegen hier das beste Werkzeug dafür ist. Auch hier arbeiten wir wieder so, dass wir nur mit der Alt-Taste die Quelle auswählen und dann, wie beim Kopierstampel auch, mit der linken Maustaste dann den entsprechenden Klick machen, um die Stelle auszubessern. Und hier geht es jetzt wirklich darum, die Farben etwas anzupassen. Gerade bei solchen kritischen Stellen jetzt hier, wie um den Mund herum, müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass die Farben nicht von den roten Lippen mit aufgenommen werden. Und ja, wie gesagt, es geht jetzt hier darum, die Farben im Gesicht etwas anzupassen. Hier die Blutäderchen und so weiter. All das, was jetzt hier Flecken auf der Haut verursacht, das muss etwas abgesoftet werden. Und das wird alles jetzt hier auf dieser Ebene gemacht. Ihr seht natürlich auch, dass vieles auf beiden Ebenen gleich ist. Das heißt also, wenn ihr auf der einen Ebene etwas entfernt habt, dann solltet ihr es auf der anderen Ebene meistens auch noch etwas korrigieren. Denn die Details und die Farben spielen natürlich insgesamt schon zusammen eine Rolle. Aber das lässt sich hier jetzt ganz gut machen. Und wichtig ist einfach hier, die ganze Sache etwas anzugleichen. Auch hier ist es wieder so, ihr könnt später jederzeit zurückgehen und wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann können wir das später immer noch korrigieren. Ich werde jetzt hier einfach auch mal noch so ein bisschen hin und her reduzieren. Das lässt sich hier ganz gut machen. Und hier unten haben wir noch ein paar Sachen, die wir verändern können. Es gibt auch Leute, die jetzt sagen, wir wählen mit einem Lasso bestimmte Bereiche aus und zeichnen die dann mit dem Gauschen-Weichzeichner weich. Dadurch wird natürlich die Farbe sehr stark angeglichen. Ja, das Problem ist dann halt immer nur, man sollte es nicht übertreiben, weil man es am Ende halt doch dann immer relativ stark sieht. Und die Betrachter dann doch etwas sich hinterfragen, naja, was ist denn da jetzt passiert? Und dementsprechend wäre ich mit solchen Methoden immer relativ vorsichtig. Ich kann euch das ja gleich mal kurz hier oben an den Augen etwas zeigen, was ich gerade gemeint habe. Und zwar, wenn ich jetzt das Lasso-Werkzeug auswähle, dann hier eine weiche Kante von ungefähr 25 Pixel einstelle. Und dann hier diesen Bereich zum Beispiel, der ja doch noch relativ große Farbunterschiede aufweist, werde ich dann einfach mal mit dem Gauschen-Weichzeichner nochmal weichzeichnen und gehe hier so auf 20 Pixel ungefähr. Und ihr seht, was dann dabei rauskommt. Die Stelle ist dann doch schön weich gezeichnet und die Farbverläufe sind nicht mehr ganz so stark. Aber man muss halt immer aufpassen, wie stark man sowas dann anwendet. Also, da sollte man es dann wirklich nicht übertreiben und lieber in kleinen Schritten arbeiten. Aber auch das ist eine Möglichkeit, wie man es machen kann. So, im Gesicht habe ich jetzt relativ viel schon angeglichen. Wie gesagt, man kann später immer wieder zurückgehen, wenn einem noch Sachen auffallen. Aber ich will es jetzt erstmal an der Stelle da auch bei belassen, um euch nicht zu langweilen. Hier am Hals haben wir noch eine kleine Stelle, die man noch angleichen kann, genau. Aber ansonsten können wir jetzt erstmal sagen, dass wir die Details-Ebene wieder einbinden und dann ein Gesamtergebnis haben, was doch schon, wenn wir jetzt nochmal den Vergleich ziehen, ich gehe mal noch ein bisschen weiter raus, den Vergleich zum Original. Ich werde also jetzt mit gedrückter Alt-Taste nochmal auf das Augensymbol hier unten klicken und dann seht ihr den Vergleich. Ja, da ist doch schon einiges passiert. Also, die ganzen Pickel, die wir noch gesehen haben und Hautunreinheiten, die sind eigentlich schon fast alle verschwunden. Ihr seht jetzt hier auch in dem Augenbereich. Ja, das ist immer so eine Gratwanderung. Wie viel macht man da, wie viel zeichnet man da wirklich weich? Denn man muss halt immer gucken, wie weit man geht. Das ist der Betrachter, der jetzt diese Bearbeitung natürlich auch nicht kennt, aber wie weit fällt es ihm dann auf? Und das ist jetzt hier ziemlich die Grenze, würde ich sagen. Also, weiter würde ich auf keinen Fall gehen. Was man jetzt noch machen kann, was ich auch sehr gerne mache, ist, dass ich die Farbebene nochmal dupliziere und diese Farbebene jetzt doch nochmal sehr stark weichzeichne. Und das mache ich mit dem Filter unter Weichzeichnungsfilter matter machen. Das ist ein sehr rechenintensives Tool. Deswegen müsst ihr heute auch mal gucken, dass ihr einen einigermaßen guten Rechner habt. Und die Werte, die jetzt hier eingestellt sind, die sind schon ganz gut. So 30, 30 ungefähr kann man immer machen. Der Radius ist dafür da, wie stark zeichne ich weich. Und der Schellenwert, der bestimmt, wie weit eure Kanten dann auch weich gezeichnet beziehungsweise wieder hergestellt werden. Und mit diesen beiden Werten hier kann ich ganz gut arbeiten. Eigentlich habe ich es so für mich festgestellt. Ihr könnt hier auch das kleine Vorschaufenster benutzen, um zu sehen, was hier passiert. Also die Kanten, wenn ich jetzt hier den Schellenwert zurücknehme, dann seht ihr, dass die Kanten natürlich dann noch stärker wieder hervorkommen. Aber ihr werdet gleich sehen, dass ich das Ganze dann noch maskieren werde. Und dementsprechend ist dieses Ergebnis so auch okay. Deswegen bestätige ich das Ganze jetzt mal. Ja, ein bisschen brauche der matter machen Filter, aber jetzt ist er fertig. Und ihr seht jetzt das Ergebnis. Jetzt ist natürlich die Haut sehr, sehr stark weich gezeichnet. Das ganze Bild ist ja weich gezeichnet. Und das kann man natürlich so nicht lassen. Deswegen drücke ich mit gedrückter Alt-Taste hier unten mal auf dieses Maskensymbol. Blende damit die komplette Ebene erstmal wieder aus. Und kann jetzt mit einem weißen Pinsel die entsprechenden Hautpartien wieder einmal die, wo ich es gerne hätte, diese Weichzeichnung. Ich würde euch jetzt empfehlen, hier mit einer sehr weichen Pinselspitze, also einer Härte von 0% zu arbeiten. Und die Größe dann immer anzupassen. Die Deckkraft hier oben stellen wir natürlich wieder auf 100%. Und wichtig bei der ganzen Geschichte ist jetzt halt, dass ihr nicht über entsprechende Kanten rüber malt, wo man dann diese Weichzeichnung sieht. Also ich werde jetzt hier am Auge zum Beispiel, werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen weich zeichnen, um diesen Farbverlauf auch noch etwas abzusoften. Und dann geht es hier weiter nach unten. Dieser Effekt ist natürlich jetzt noch sehr, sehr stark. Das werden wir jetzt auch gleich mal hier noch reduzieren. Also wenn ich jetzt hier die Deckkraft reduziere, dann reichen hier auch 50% locker aus. Und dann ist dieser Effekt nicht mehr ganz so stark. Und dann sieht es auch schon, ja, wesentlich realistischer wieder aus, als wenn ich da jetzt eine glatt gebügelte Haut habe, die auch von einer Barbie-Puppe sein könnte. Und ja, die Wange hier, die kann man jetzt ganz gut damit mal vollmalen. Und auch hier unten am Kinn. Da ist halt wie gesagt nur wichtig, dass ihr die Kanten nicht schneidet. Sonst kommt es zu sehr unschönen Ergebnissen. Aber sollte euch das mal passieren, dann nehmt einfach die schwarze Pinselspitze und malt entsprechend dort wieder drüber, wo der Effekt zurückgenommen werden soll. Auch hier um die Kante der Nase müsst ihr aufpassen, dass ihr da nicht drüber malt. Aber den Nasenrücken an sich, den kann man hier noch ein wenig weich zeichnen. Und hier, genau, machen wir noch ein bisschen. Verändert auch ruhig mal die Größe eurer Pinselspitze zwischendurch, damit ihr auch kleinere Dinge hier noch mit erwischt. Auch gerade hier unter dem Auge. Es ist wichtig, dass ihr auch mal eine kleinere Pinselspitze nehmt. Hier am Hals ist es schon relativ okay. Da brauchen wir gar nicht so viel zu machen. Und dann kann man hier natürlich die Schulter nochmal etwas großzügiger dann ausmalen. Aber auch hier darauf achten, nicht die Kanten übermalen, damit das Ergebnis am Ende dann auch nicht verwischt. Wenn ich jetzt hier so einzelne Haare übermale, dann ist das überhaupt kein Problem. Denn ihr seht ja, das macht dem Bild dann nichts aus. Und jetzt bin ich eigentlich schon bei einem Ergebnis, wo ich sehr zufrieden bin. Hier oben der Nasenrücken, der gefällt mir noch nicht so ganz. Dann kann ich hier nochmal auf die Details-Ebene gehen. Ich muss jetzt hier darauf achten, dass ich nur auf der aktuellen Ebene arbeite. Und dann kann ich hier entsprechend mir nochmal ein paar Details hin und her arbeiten. Und auch auf der Farbebene kann ich dann mit dem Reparaturpinsel hier nochmal etwas nachziehen. Und dann habe ich auch hier ein Ergebnis, was mich auf jeden Fall zufrieden stimmt. Und wenn ich jetzt hier nochmal gucke, den Vor- und Nachher-Vergleich, den mache ich immer wieder sehr gerne. Dann sind wir auf jeden Fall schon auf einem sehr guten Weg. Was mich immer noch ein bisschen stört, ist hier unter dem Auge diese blau unterlaufende Haut. Aber auch da kann man dann sich noch ein wenig Abhilfe verschaffen, indem wir einfach mal hier die Pipette nehmen und einen Hautton auswählen in der näheren Umgebung. Und dann auf einer Extra-Ebene nochmal mit einem Pinsel. Und jetzt ziehen wir hier die Deckkraft mal auf ungefähr 10% herunter. Und dann können wir hier nochmal ganz soft mit diesem Hautton drüber malen und damit diesen bläulichen Ton etwas abschwächen und mehr Richtung Haut gehen. Und das Ergebnis gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Und wie ihr jetzt so seht, da sind wir zu einem Ergebnis gekommen, was sich auf jeden Fall insgesamt sehr sehen lässt. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so sein sollte, dann gebt mir ruhig einen Daumen hoch. Ich freue mich auch über Kommentare und auch über eure Hautretusche-Ergebnisse. Und ja, ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Ich werde demnächst jetzt öfter Videos auch rausbringen zu verschiedenen Techniken und Photoshop. Und ja, was mir bleibt noch zu sagen ist, bis bald.